Ja moin Leute, wie versprochen kommen wir heute zum Top iOS 13 Jailbreak Video und ihr seht schon hier, dass mein iPhone sehr stark modifiziert ist und angepasst ist, so wie es mir persönlich gefällt. Das muss natürlich nicht von jedem der Stil sein, aber jeder kann da ja machen, was er möchte. Ich habe gesehen, dass sehr viele Leute sich gefragt haben, was ist denn ein Jailbreak, wie hast du dies und jenes gemacht. Ein Jailbreak ist die Öffnung des Dateisystems vom iPhone. Das heißt, das macht es natürlich unsicherer und man verliert auch die Garantie, aber man hat halt die Möglichkeit, ganz, ganz viele Anpassungen im System zu machen, die das iPhone richtig zu seinem eigenen machen können und einem selbst richtig gut gefallen können. Heute zeige ich euch die besten Tweaks, die ihr mithilfe von Sydia hier oder auch zum Beispiel Zebra als anderen Paketmanager, habe ich auch hier drüben installiert, nutzen könnt. Und dazu natürlich auch jeweils die Quellen, aus denen ich das installiert habe und deswegen fangen wir mal direkt an mit A-Bypass. Es gibt noch verschiedene andere, zum Beispiel auch Kern-Bypass und so, die haben alle die Idee, dass Programme, die normalerweise nicht laufen, wie zum Beispiel Snapchat oder so, weil sie erkennen, dass das Gerät gejailbreak ist, dass man das verhindern kann, dass die das erkennen, quasi die Code-Injection, die da stattfindet, verhindern. Das funktioniert nicht für alle Programme, aber für viele. Ich nutze A-Bypass. Ich nutze allerdings noch zwei andere für meine Banking-Apps. Hier oben im Finanzwesen habe ich ja meine Banking-Apps und die haben da relativ strikte Erkennungen. Und ich nutze dazu hier unten eine Quelle, in der gibt es einige Banking-Apps und zwar ist das hier diese Quelle. Und hier seht ihr schon, gibt es zum Beispiel hier eine DKB-App oder zum Beispiel HSBC oder zum Beispiel auch Volksbank. Also es gibt hier eine ganze Menge, Sparkasse zum Beispiel, die hier verhindern sollen, dass diese Banking-Apps erkennen, dass das Gerät gejailbreak ist. Funktioniert hier an der Stelle für mich, also meine DKB-App und VR-Banking-Apps funktionieren an dieser Stelle. Aber ja, man muss da ein bisschen rumspielen. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich gejailbreakt habe, ist meine Banking-Apps zum Laufen gebracht, damit ich keine Probleme damit habe. Und es funktioniert jetzt hier für mich zumindest alles. Nummer zwei ist The Bar-Moji und das fügt eine Emoji-Bar hier unten hinzu und das heißt, ich kann hier einfach verschiedene Emojis auswählen. Das sind dann auch die, die ich zuletzt verwendet habe. Die sind hier dann ganz vorne dran und eine Zwiebel. Keine Ahnung warum. Aber das kann ich mir hier unten einblenden lassen und das ist ziemlich cool. Awesome-Page-Dots ist ein kleines Programm, was unten die Animation der kleinen Punkte unten schön macht. I like it a lot. Badger-Matic ist ein Cydia-Plugin, das findet man hier oben, wo ich mir eine .deb-Datei erstellen kann, die ich dann auch teilen kann, womit ich quasi alle meine Tweaks, die ich installiert habe, sichern kann und die jederzeit wieder alle installieren kann. Und das ist ganz cool, weil ich mir die einmal als Online, also dass das dann alles nur runterlädt und sich quasi nur die Quellen holt und das dann dort macht oder auch komplett offline erstellen kann. Und dann, wenn ich auf Install.deb klicke hier und mir das jemand zugesendet hat zum Beispiel, dann installiert er wieder alle Tweaks, die ich hatte und damit ist mein Jailbreak-Status quasi wiederhergestellt. Sehr nützlicher Tweak auch, um zum Beispiel mit Freunden bestimmte Tweaks zu teilen. Central ist der nächste Tweak und der führt dazu, dass das unterste Icon nicht mehr einfach hier nach links rückt, sondern sich in der Mitte ansammelt. Und ihr seht das schon, hier sind es drei Icons, die in der Mitte sind. Hier wäre es jetzt eins, wenn ich mal noch eins dazu hole hier, dann würden auch die sich hier in der Mitte ansammeln. Und ja, ich finde das sieht einfach, ich finde das sieht so viel besser aus. Verantwortlich für diese Animation hier beim Übergang ist ein Programm, was sich Cylinder nennt. Und das finde ich hier bei mir in Cylinder. Und hier gibt es noch sehr, sehr viele verschiedene Effekte. Also ich habe jetzt hier Alternate Spin, aber ich finde zum Beispiel auch hier Endlines ziemlich cool. Der Übergang hier. Und man kann diese sogar kombinieren. Also ich könnte jetzt Alternate Spin und Endlines kombinieren. Und dann seht ihr, würden sich die Icons hier noch entsprechend zu der Bewegung auch noch mitdrehen. Und einer meiner Lieblings-Tweaks, der das Aussehen von iOS und die Animation nochmal deutlich verbessert. Und wie ihr schon seht, gibt es hier einen Haufen Animationen, die man auswählen kann. Da kann man also ein bisschen mit rumspielen. Aber mir gefallen tatsächlich die ersten beiden am besten. Complications ist ein Programm, mit dem ich die Apple Watch Complications Dinge, die es da gibt, bei mir auf den Lockscreen bringen kann. Da habe ich zum Beispiel hier die Temperatur, den Akkustand, Akkustand der Apple Watch und die Regenwahrscheinlichkeit. Ich könnte hier aber auch noch viel, viel mehr hinzufügen. Ich habe jetzt nur vier, weil es sehr gut aussieht. Und ich kann die einfach gedrückt halten und sie hier anpassen. Und bekomme halt hier die ganzen Apple Watch Sachen. Aber könnte zum Beispiel auch Apps hinzufügen, die ich von dort aus starten möchte. Ich finde, das sieht sehr clean aus und ist auf jeden Fall irgendwie nützliche Informationen, die man sich hier anzeigen lassen kann. Aber wie gesagt, hier unter Complications, da kann ich den Offset verändern und die Anzahl der Icons, die ich dort habe, die Anzahl der Reihen. Ich habe jetzt wie gesagt hier eine. Ist sehr frei anpassbar. Der nächste Tweak nennt sich Dark Papers und fügt uns hier im Hintergrundbild unter den Einzelbildern noch weitere Hintergrundbilder hinzu. Die wir hier auch quasi im Hell-und-Dunkel-Modus, im Dark-Mode mitverwenden können. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Ihr seht schon, da gibt es hier wirklich einige. Und auch die bekommen wir Updates und da kommen noch ein paar dazu. Aber sieht man, es sind dann verschiedene Bilder für Hell und Dunkel. Und naja, I like that a lot. Digital Battery 13 gibt uns hier oben eine digitale Akku-Anzeige. Und auch das können wir customisen. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier die Digital Battery. Man könnte aber auch eine komplette digitale Batterie machen, dass hier oben nur noch eine Prozentzahl steht. Und kann hier sonst noch ein paar Anpassungen machen, wenn man zum Beispiel sagt, das ist dann zu groß oder zu klein. Kann man das alles anpassen, wie man möchte. Aber mir gefällt diese Methode persönlich am besten. D&D My Recording macht, dass wenn ich eine Bildschirmaufnahme starte, dass ich automatisch in den Nichtstören-Modus wechsle. Was sehr praktisch ist, weil meistens wenn ich ja irgendwas aufnehme, will ich nicht, dass irgendwelche Benachrichtigungen ankommen. Und dann Leute irgendwas sehen, was sie nicht sehen sollen. Oder ich eine Aufnahme abbrechen muss, weil irgendwas durchkommt, was nicht durchkommen sollte. Der nächste Tweak nennt sich Dockify. Und ich benutze ihn hauptsächlich, um hier unten das Dock zu entfernen, was hier unten sonst ist. Man kann mit Dockify auch eine ganze Menge andere Sachen machen, wie zum Beispiel die Anzahl der Icons ändern. Da seht ihr jetzt habe ich hier fünf eingestellt. Und so ein paar weitere Sachen, die man hier beim Dock einstellen kann. Dotto Plus macht diese kleinen Anzeichen hier, die kleinen Hinweise, wie viele ungelesene E-Mails ich zum Beispiel habe, in so kleinere, unauffälligere Hinweise. Die kann ich auch in der Farbe und der Transparenz anpassen. Und auch hier oben bei Google Fotos sieht man das zum Beispiel. Finde ich, sieht sehr schön aus und gibt dem Ganzen nochmal einen cleaneren Look. Der Filsa File Manager ist im Endeffekt einfach ein Dateimanager, wo ich hier zum Beispiel verschiedene, also durch die Dateien gehen kann, auch tatsächlich im Root-Verzeichnis Sachen anpassen kann. Ich nutze das zum Beispiel, um mir für Snowboard, da kommen wir dann noch zu, Themes zu modifizieren und so weiter. Aber es ist einfach ein Dateibrowser, der noch weiter gehen kann als die Dateien, weil er einfach, naja, Root-Zugriff hat. Flame ist ein Sudia-Plugin, was Sudia ein bisschen verbessern will. Also das funktioniert nur so ein bisschen, irgendwie ist es nicht ganz kompatibel, aber was wofür ich es liebe, ist, wenn ich hier oben Quellen hinzufügen will, dann fragt es mich, will ich einfach normal eine Quelle hinzufügen, also so wie man das hier von Sudia kennt. Oder ich habe irgendwo eine Liste von Quellen bekommen, dann kann ich hier into Batch-Mode gehen und dann seht ihr jetzt hier, ich habe jetzt hier eine Quelle kopiert und die könnte ich hier direkt einfügen, aber ich kann das auch mit 100, 2000, 500.000 Quellen machen, die ich dann alle mit einmal hinzufügen kann. Das heißt, ich werde euch nachher einfach alle meine Quellen, die ich hier in Sudia habe, einfach in die Beschreibung schreiben und ihr könnt die euch kopieren und hier mit Flame, wenn ihr das installiert habt, direkt einfügen und könnt dann alle Programme, die ihr hier gesehen habt, direkt installieren, weil ihr alle Quellen dafür schon habt. Nach Flame kommt Frame. Frame ist das Programm, was ich nutze, um hier mein Video-Wallpaper hinzuzufügen. Ihr seht schon hier, ich habe ein Video von so einer Stadt bei Nacht. Ich muss sagen, das Video hat eigentlich eine viel zu geringe Auflösung und ich habe das dann ein bisschen mit AI hochskaliert. Da gibt es Programme, wenn euch das interessiert, kann ich da auch mal ein Video zu machen. Aber ja, ich liebe dieses Video-Wallpaper, weil es mich einfach so an alte Zeiten erinnert. Das hatte ich schon 2012 bzw. 2009, nein 2011, irgendwie zwischen 2010 und 2012 hatte ich das immer als Video-Wallpaper und ich habe es einfach lieben gelernt. Und es ist mein Video-Wallpaper of choice. Und wir können also hier in Tweaks gehen, finden hier Frame und können hier einfach ein Video-Wallpaper hinzufügen. Die haben hier auch verschiedene Video-Wallpaper, die man sich hier zum Beispiel von Google Docs herunterladen kann, wie jetzt zum Beispiel vielleicht irgendwie was Abstraktes oder so, was man sich hier angucken könnte. Und das könnte man dann auch als Hintergrundbild haben. Aber ich liebe es einfach, dass es die Möglichkeit gibt, ein Video-Wallpaper hinzuzufügen. Ich kann natürlich hier einfach eins aus der Dateien-App oder auch aus den Fotos nehmen, also auch irgendwie ein Live-Foto, was ich von meinem Kind gemacht habe, könnte ich hier abspielen oder so. Aber für mich ist einfach persönlich, das ist einfach, das ist, also das ist das, was für mich Jailbreaking ausmacht, das Video-Wallpaper, weil ich das einfach, vor allem dieses Video-Wallpaper so sehr liebe. Ich kann nicht sagen genau warum, aber es ist einfach, es hat sowas Nostalgisches für mich. Ich meine, mit diesen Themen hat mein Kanal angefangen und das irgendwie einfach auch schon Sydiat zu öffnen und hier diese Screens zu sehen, das macht irgendwie was mit mir. Ich kann gar nicht sagen, das ist einfach so schön. iCleaner Pro ist ein Programm, in dem man eine ganze Menge einstellen kann, in dem man so Caches löschen kann und so weiter. Ich benutze es hauptsächlich, um hier oben bestimmte Mobile Substrate Add-Downs, also die ganzen Programme, über die wir gerade sprechen, an- und auszuschalten, um zu sehen, ob eins davon ein Problem verursacht. Also manchmal passiert ja was und dann kann man das hiermit ausprobieren, welches Programm das genau ist oder irgendwas, man hat eine seltsame Funktion und man weiß nicht genau. Zum Beispiel hatte ich das Problem, dass wenn ich hier lauter und leiser gemacht habe, dass mein Handy immer vibriert hat und ich wollte das nicht. Ich wusste nicht, welches Sydiat Plug-In das ist und habe ich alle nacheinander mal ausgemacht und habe dann herausgefunden, dass es tatsächlich Frame war für das Video Wallpaper. Denn hier gibt es in Frame eine Einstellung, Sync Ringer Volume und es hat mich total fertig gemacht. Deswegen, das habe ich ausgemacht und ich wusste, dass es das ist, weil ich es vorher in iCleaner Pro ausgemacht hatte, dann war das Problem weg. Dann konnte ich auf Frame quasi herausfinden, dass das Frame war und dann habe ich nach der Funktion gesucht, die das Ganze ausschaltet. Jellyfish ist ein Programm, mit dem ich hier meine Uhr so ein bisschen einzigartig gemacht habe, die jetzt hier oben links in der Ecke ist. Man könnte es natürlich auch rechts machen, weiter nach unten, ist relativ frei konfigurierbar und ich finde, das sieht einfach richtig, richtig schön aus. Magma Evo ist ein Programm, mit dem ich die Farben im Control Center anpassen kann. Ich habe das jetzt hier bei mir blau gemacht, aber es passieren zum Beispiel unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Flugmodus rot gemacht, aber das Icon ist gelb, wenn er sonst nicht aktiviert ist. Also da kann man wirklich viel anpassen und das machen, wie es einem gefällt. Mitsua Forever ist ein Programm, was mir hier so eine kleine Audio-Animation gibt. Aber das nicht nur im Spotify zum Beispiel, sondern zum Beispiel auch hier in der kleinen Anzeige von der Musikanzeige oder auch auf dem Lockscreen unten oder halt auch in der Benachrichtigungszentrale. Und ich finde, das sieht einfach irgendwie sehr schön aus. No D&D Banner macht, dass wenn ich hier im Nichtstören-Modus bin, dass ich kein Nichtstören-Icon auf dem Lockscreen habe. Ganz einfacher Tweak, aber finde ich sehr schön. Power Module ist ein Tweak, der hier unten ein kleines Modul hinzufügt im Control Center, mit dem ich das Gerät neu starten kann, ausschalten oder zum Beispiel hier einfach respringen kann mit einem Knopfdruck. Und das ist, ja, wenn man da ein bisschen rumspielt, dann ist es manchmal ganz praktisch, dass man da irgendwie diese Funktion hat. Und deswegen liebe ich dieses kleine Widget, weil es einem einfach hilft, Dinge schneller zu tun. Prism ist ein Control Center-Ersatz. Ihr habt ja schon gesehen, dass mein Control Center hier ein bisschen anders aussieht. Das ist Prism. Man gibt, also es gibt hier verschiedene Einstellungen, dass das zum Beispiel auch von unten hochkommen kann, also dass ich zum Beispiel aus der unteren Ecke hochziehe, um das zu bekommen. Das kann man sich frei einstellen. Ich mag das dort oben, aber ich finde, es sieht halt einfach deutlich besser aus, als das Control Center, was Apple normalerweise bietet. Scorpion ist ein Tweak, der mein Anrufinterface verbessert. Ihr wisst ja, bei iOS gibt es eigentlich immer nur das Vollständige, also dass hier immer alles angezeigt wird. Und mit Scorpion kann ich hier ohne Probleme einen Anruf annehmen und es sieht einfach viel, viel besser aus, oder? Also kann man nicht sagen, hier kann man auch zur Seite gehen und da hätte man hier die ganzen Einstellungen, könnte ich zum Beispiel mich lautlos stellen oder Lautsprecher anmachen und so weiter und so weiter. Und ich finde, das sieht einfach viel, viel besser aus, als das Standard-IOS-Anrufer-Interface, wo man so schnell aus Versehen auf Auflegen kommt oder so. Shuffle ist ein kleines Programm, was mir die Einstellung ein bisschen aufräumt. Also ihr seht, die sind jetzt hier relativ kurz, denn das greift hier oben ein und gibt Tweaks-Apps und System-Apps. Und dann finde ich hier halt alle meine Tweak-Einstellungen, dann finde ich hier alle meine Apps und hier unten finde ich alle meine System-Apps und kann dort die Einstellungen für jeweilige vornehmen. Shai Labels 13 ist ein Programm, was, wenn ich hier hin und her gehe, mir jeweils meine App-Namen einblendet und dann nach kurzer Zeit, die auch frei einstellbar ist, wieder ausblendet, sodass einfach mein Interface sauberer aussieht. Shai Page Dots macht das gleiche, aber hier unten mit den Punkten hier unten, die einem zeigen, auf welcher Seite man ist. Small Siri ist ein Programm, was einem Siri kleiner macht, das kann man auch nach oben bewegen und quasi passend zu iOS anzeigt. Es ist noch ein bisschen verbuggt hier mit dem Text, aber ich finde, es sieht besser aus als Fullscreen-Siri. Das, was natürlich hier am auffälligsten ist, ist, dass meine Icons anders aussehen, nicht nur von der Anordnung her, sondern auch vom Design. Und das Ganze mache ich mit Snowboard. Snowboard ist quasi der Winterboard-Nachfolger und hier kann ich Themes auswählen. Ich habe jetzt hier bei mir Viola ausgewählt, kann die Änderung übernehmen. Das wären jetzt hier die normalen Apple-Icons, aber ich finde, also bis auf hier unten, das hat er irgendwie noch nicht geändert. Ja, und hier kann ich halt meine Themes einstellen. Ich habe hier mir auch was Eigenes gebastelt mit so einem Overlay. Ihr seht schon hier zum Beispiel, dass die Icons, das sieht man hier ganz gut an dem Icon von Google Notes oder Google Keep, dass das so ein bisschen transparent ist. Ich finde das persönlich einfach sehr, sehr schön und auch das habe ich mit Snowboard gemacht und da habe ich hier mir meine eigene Maske gebastelt. Aber ich finde einfach, das Viola-Theme hier ist sehr schön. Ich mache nur dann immer die Viola-Maske aus. Und das Schöne ist an Snowboard, dass man auch Icons ändern kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich würde gerne zum Beispiel das Einstellungs-Icon ändern, dann bringe ich die Icons hier zum Wackeln, mache einen Doppeltipp drauf und kann mir dann hier alternative Icons aussuchen, die ich gern haben möchte. Und das funktioniert eigentlich für fast alle Icons, weil es gibt ja immer das normale Icon, was so schön ist und dann manchmal noch alternative Icons, die ich dazu auswählen kann. Hier zum Beispiel wäre jetzt das Blaue sehr schön. Nehmen wir doch das mal. Spring to My 5 ist ein Programm, mit dem ich quasi alles anpassen kann am Gerät. Mit Animationsgeschwindigkeiten, den App-Switcher, Control-Center, was auch immer. Ich benutze es hauptsächlich, um hier meine Icon-Anordnung zu ändern. Also gehe ich jetzt hier mal auf Page-Settings und dann seht ihr, ich habe die Icons erstmal kleiner gemacht, als sie normalerweise beim iPhone sind. Und ich habe auch fünf Reihen nebeneinander, sodass ich mehr Icons auf mein Homescreen bekomme. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Man könnte auch zum Beispiel Home Plus Pro verwenden, aber ich finde Spring to My 5 ist irgendwie, da kann ich noch mehr, also mit Home Plus Pro kann ich noch mehr Anpassungen machen, noch genauer. Und ich kann das frei anordnen, wie ich möchte, aber ich hatte Spring to My 5 auch schon und es ist einfach ein mächtiges Programm, was so viele Funktionen hat. Aber auch Home Plus Pro kann man sich mal ansehen, hat bei mir allerdings immer irgendwie ein bisschen gebackt. Sylv ist ein Programm, mit dem ich den Music Player auf dem Lockscreen anpassen kann. Ihr seht ja schon, dass der hier deutlich kleiner ist und ja, finde ich sehr schön. Tweak Compatible ist ein Programm, mit dem ich checken kann, ob Tweaks, die mir in CD angeboten werden, kompatibel sind mit meiner aktuellen Version, also in meinem Fall iOS 13.5. Und ihr seht zum Beispiel hier bei Ares ist ein kleines grünes Icon am Icon, so ein kleiner Haken und der sagt mir, dass das mit meiner Version hier kompatibel wäre. Und dann könnte ich hier mal durchscrollen und gucken, okay, ja, okay, sieht auch cool aus. So eine Siri-Alternative, aber ich weiß, es ist kompatibel mit meiner aktuellen iOS-Version. Xen HTML ist ein Programm, mit dem ich Widgets auf mein Home Screen hier bringen kann. Also kann ich ja mal kurz reingehen hier in Xen HTML und kann zum Beispiel hier mal auf den Home Screen gehen und Vordergrund Widgets, beziehungsweise auch Hintergrund Widgets, könnte ich jetzt hier ein Widget hinzufügen. Zum Beispiel den Musik-Player, der wäre jetzt hier oben und den könnte ich dann verschieben, könnte ich mal sagen, okay, den würde ich gerne haben. Und dann hätte ich jetzt hier unten den Musik-Player, der da wäre. Ich müsste natürlich die Icons entsprechend anpassen. Aber ich benutze Xen HTML für diese kleinen Farbverpuffer, die hier stattfinden. Ihr seht schon, da waren jetzt wieder zwei. Und man kann da auch eine ganze Menge einstellen. Ich nehme mal das Media Widget hier wieder heraus. Aber dieses Fluid Widget hier verlinke ich euch auch die Repo dazu, weil das nicht standardmäßig bei Xen HTML mit dabei ist. Aber auch das kann ich hier zum Beispiel anpassen. Also wie oft da zum Beispiel, also jetzt wäre es alle fünf Sekunden, entstehen hier zwei Ripples. Ja, kann man alles anpassen, wie man möchte. Aber ich finde, das gibt irgendwie, ist cool zusammen mit diesen halbtransparenten Icons und mit diesem Video Wallpaper. Heißt übrigens City Light, ist eigentlich ein Winterboard-Theme. Ich habe mir das runtergeladen, ein bisschen hochskaliert mit Video-Hochscale-AI. Ja, da kann ich mal ein Video zu machen, wenn mich das interessiert, wie man Videos mit AI hochskalieren kann. Aber ich finde, die Kombination davon sieht einfach sehr stimmig aus. Aber ich weiß auch, dass nicht jeder Video-Wallpapers mag. Das ist was, was einfach eine persönliche Präferenz. YouTube Reborn ist ein Programm, was mir zum Beispiel, also wenn ich jetzt einfach mal irgendwie eines meiner Videos öffne, dann seht ihr hier zum Beispiel, dass ich auch ohne, dass ich YouTube Premium habe, etwas im Hintergrund laufen lassen kann. Und das finde ich persönlich ziemlich cool, weil es eine Funktion ist, die ich sehr vermisse. Ja, und so kann ich das haben. Und das ist ziemlich cool. Aber YouTube Reborn macht noch viel, viel mehr. Also ich kann hier verschiedene Sachen aktivieren. Zum Beispiel kann ich die Werbung ausschalten oder, ja, ihr seht schon, hier kann man eine ganze Menge ausmachen. Oder zum Beispiel HD erlauben, wenn ich im mobilen Netzwerk unterwegs bin und so weiter und so weiter. Last but not least und damit Nummer 35 haben wir hier Zebra. Das hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Das ist quasi eine Cydia-Alternative. Und ich habe gemerkt, dass manchmal, wenn Quellen in Cydia nicht richtig funktionieren, habe ich die hier hinzugefügt und Programme installiert. Die tauchen dann natürlich auch in Cydia als installierte Programme auf. Aber hier gibt es zum Beispiel die Sache mit dem mehrere Quellen hinzufügen schon standardmäßig. Und Zebra ist einfach ein cooler Paketmanager. Also wenn ich mir als erstes ein Cydia-Zebra runterlade, kann ich alles, was ich in Cydia mache, auch in Zebra machen. Und das Programm ist ein bisschen schneller. Und ich nutze eigentlich nur Cydia der Nostalgie wegen, weil ich einfach... Ach ja, ich liebe das einfach. Ja, das sind die meiner Meinung nach besten Cydia-Tweaks. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Tweaks ihr benutzt und von welchen Repos ihr die habt. Und dann werde ich die nach und nach mal alle noch mit in der Beschreibung sammeln. Und alle Programme, die ich jetzt nicht genannt habe, die ihr aber cool findet, können dann dort noch mit auftauchen. Also wie gesagt, schreibt es einfach unten in die Kommentare und ich gehe die immer mal durch und füge das dann noch in der Beschreibung hinzu. Ansonsten findet ihr alle Quellen, die ich in Cydia habe, auch in der Videobeschreibung. Dort könntet ihr dann meinetwegen mit Flame alle mit einmal hinzufügen. Und dann findet ihr auch alle Programme, über die ich hier gesprochen habe. Oder auch einfach einzelne Repos, wenn ihr wollt. Ich schreibe immer dazu, von welcher Repo ein Programm ist. Dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat geholfen. Passt auf euch auf und nicht auf iOS 13.5.1 updaten, denn damit geht der Jailbreak wieder nicht mehr. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.